Moin und herzlich willkommen zu einer kurzen Videoanleitung für das Self-Payment. In 123 erfasst kannst du das Upgrade auf die Vollversion ganz einfach selbst vornehmen. Alle deine Daten, die du während der Testversion eingegeben hast, bleiben selbstverständlich erhalten. Dazu klickst du einfach auf den Button Vollversion freischalten oder 123 erfasst kaufen rechts oben in deiner Webansicht. Hier siehst du auch, wie viele Tage dir noch in der Testversion zur Verfügung stehen. Als nächstes kannst du deine bevorzugten Produktkonfigurationen auswählen. Mit einem Klick auf den Button zur Abrechnung gelangst du zur Eingabe deiner Zahlungseinstellung. Zum Abschluss gibst du die Informationen zur Rechnung und Zahlungsweise ein. Nach abgeschlossener Bestellung kannst du das Produkt vollumfänglich nutzen. Viel Erfolg wünscht das Team von 1-2. 3 erfasst.